Hey Leute, ich bin Dave vom Kanal DFKL. Ich bin, so wie viele andere, am 10. Juni in Salzburg auf der Videocon organisiert von Diego Pfeif mit dabei. Ich hoffe, ich lerne dort einige neue Gesichter kennen. Wir können dort Fotos machen, wir können dort Autogramme machen. Es wird eine Bühnenshow geben. Also viele coole Dinge für euch von uns. Und ich hoffe, ich sehe dort einige. Bis bald, bis in Salzburg. Ciao!